Mein Name ist Jérôme Luling. An meiner kleinen Sendung letzte Woche ich lehre, beschreiben wir heute kein Foto mit einem Videoclip. Der Clip dauert nur 16 Sekunden. Ich hoffe, es klappt alles. Also der Clip ist von der Internetseite cover.co, royalty-free. Dann mache ich einmal das Logo. Und dann gucken wir heute Clip an. Da ist kein Ton dabei. Voilà, hier ist der Clip. Alles, wenn ich Clifte warte, sieht, hier, ob das im Clip. Am Hintergrund und damit. Vier. Was machen die Leute da? Voilà, das war jetzt schon, das war der Clip. Also gucken wir erst dann die Vokabeln. Also, da haben wir Kanner. Mier. Ein Heck. Ein Wolleck. Ein Segelboot. Beim. Den Himmel. Ein Sand. Also müssen wir die Vokabeln, ob die richtig Platz setzen. So fangen wir mal rein mit dem Sand. Ich meine, wo ist der Sand? Da. Voilà. Das ist der Sand. Okay. Ich meine, da sind wir alle d'accord. Und dann, äh. Und dann, äh. Wer tönt sich als nächstes? Kanner. Mier. Dann tönt sich Kanner. Ähm. Der ist immer da ja ein ganz Paar. Die. Die sind High 4. So. Und damit. Ging ich so hin. Und äh. Kanner, sie spielen Fußball. Oder Football. Oder Fussball. Ja. Was egal. Und dann. Mier. Ja. Ich weiß nicht, ob das Mier ist. Ich ging so hin. Das vielleicht auch ein See. Aber ich ging so hin für das Mier. Weil auch hier. Der Sand eben ist. Das nennen wir auch. Ein Strand. Oder ein Plasch. Dann. Ein Heck. Ja. Ein Heck. Das kann das vielleicht nicht so sein. Das wird mir. Das ist High 4. Ich seh da. Da die Pflanzen. Das ist ein. Ein. Kleinen Heck. Ein bisschen. Das nennen wir. Ein Heck. Und dann. Ein Wolleck. Ja. Der gesehen ist da 2. Und zwar. Over jetzt. Und über links. Da setzt nicht die Uhr mal auf hier Platz. Also. Hier ist dann. Ein Wolleck. Und dann. Und dann. Man. Da haben wir noch. Ganz viel Beem. Am Hannergrund. Die setzen ich dann. High. Voilà. Das ist alles. Beam. Ähm. Den Himmel. Ja. Ich meine. Da muss ich das Segelboot. Ein bisschen rickeln. Da hin. Und dann den Himmel. High. Uh. Öffnen hin. So. Da ist den Himmel. Und das Segelboot. Ja. Das gesagt. Hier. Am Hannergrund. Äh. Ich denke. Das ist ein Segelboot. Ähm. Du findest. Das dann. Auch. So. An. Ich setze. Das. Hier hinten. Also. Das im Allefall. Kein. Normaltboot. Das. Kein. Ja. Geht. Das. Kein. Fleischer. Also. Schmängende. Dass er Segelboot. Voilà. Und. Ähm. Schöpfen. Schon alles. Äh. Richtig. Äh. Ausgefüllt. Hier. Längst. Da sind. Und nach. Die. Äh. Die schwimmt. Am. Mir. Dann. Proposieren. Ich. Ich. Mal. Clip. Na. Reinke. Gucken. Also. Wie. Geht. So. Motiviert. Dabei. Du. Geseit. Hat. Kann. Sie. Spiele. Fussball. Um. Sand. Mir. Aus. Schöpfen. Du. Doe. Verreize. Beben am. Handelgrond. Den himmel. And. Wollä. Ich hoffe. Ich hoffe. Du ist ein bisschen gefallen. Das war doch schon. Jetzt. Ich gehe zurück. An. Ehm. Und. Wenn dir noch keiner so Exerzisse hat, wollt probieren, trainieren, dann findet ihr natürlich auf meinen Internetseiten, und zwar www.exerziss.lu www.kammer.lu für Theorie Da findet ihr mich auch auf Facebook, auf YouTube und die Bücher mit denen schaffen, das sind hauptsächlich Wermtabellen in Lützebüge und 170 Spitzer in Lützebüge. Das wäre doch schön. Ich wünsche euch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Au revoir.